Star-Kino Ich bin der neue Nachtwächter. Theodor Roosevelt, 26. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, stets zu Diensten. Vox lädt ein zur langen Museumsnacht. Fesselt ihn, Männer! Also wird alles in diesem Museum jede Nacht lebendig? Immer wieder? Ganz genau. Robin Williams Van Stiller Owen Wilson Ich schieße dir dein verfluchtes Auge aus. Was ist das? Nachts im Museum Nächsten Donnerstag